Keine Bombe aufspüren. Ich glaube, die sind hier drunter. Da hätte ich natürlich zur anderen Seite gehen müssen. Ich bin zu spät. Ich bin zu langsam. So, die Kamera ist down. Vielleicht kann ich ja noch rumlaufen. Ohne Schaden zu nehmen. Ist ja immer so eine Sache. So. Er wechselt das Magazin. Ich komme mal in die Kamera. Ja, ich wusste, dass die hier unten sind. Das bedeutet, hier könnte... Oh man. Ist auf jeden Fall jemand gewesen. Ach, da ist er. Haben wir den auch gefunden? Ich habe mir MP-Granate geworfen. Ohne Kamera. Da ist er jetzt hingelaufen. Das Problem ist, ich komme mir, glaube ich, so nicht runter, oder? Ohne kräftig zu sterben. Er ist aktiviert. Er ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Bombe gefunden. Verstückung bleibt nichts. Argus bereit. Ich habe eine MP-Granate geworfen. Ich habe eine MP-Granate geworfen. Ich habe eine MP-Granate geworfen. hui ich dachte jetzt schon fertig nachgeladen aber war nicht der fall habe zum glück noch geschafft weil es nicht mein verdienst hallo michael was läuft so bei dir bei mir läuft stress ich habe wieder viel stress hier so ich nehme wieder ihn gefällt mir der mann mit den kameras mit den durchdringenden kameras brauchen wieder musik das ist das die musik die führt uns weiter hier schöne musik so er ist wieder gekommen aber ein bisschen spät nee er hat noch einen auswählen können das ist schön das ist wunderschön dann sind wir doch wieder zu fünft ich hoffe diesmal bleibt er auch ja gut dass wir die musik haben würde ich sagen so was kommt als nächstes hat es aber was zu tun ich weiß gar nicht welche folge gerade draußen ist ich glaube man ist erst bei 17 oder so bei 17 ich bin mir doch nicht sicher können doch schon mehr sein da kommen noch welche auf jeden fall so endlich geht's los da habe ich sogar recht gehabt mit 17 nicht schlecht ja keine eile die laufen ja nicht weg lassen sie mich ich gehöre zum equipment ich kann hier raus niemals so haben wir uns ein bisschen versteckt in fünf sekunden ja mama machen wir eher gesagt versuchen wir ich gehe noch mal rein hier sagen los ob es hier sicher ist scheint mir sicher zu sein da gehen wir doch mal oben durch würde ich sagen oder ich guck lieber noch mal sieht gut aus so da komm ich nicht durch ich mach mal hier den hier nur noch einer vom eigenen das da 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 Was? Ein Schuss? Ja, hol dir doch Wasser, das wird dir eh nix. Aber mit einem Schuss von der? Komm. Also das war ja nun wirklich... Naja. Egal. Aber Wasser kannst du dir holen. Huiuiuiuiuiuiui. Planänderung. Kleine Planänderung. Nee, das möchte ich nicht. Schwere Springladung. Aber eine richtig schwere. Eine richtig schwere. Schwerer geht's gar nicht, Freunde. So. Musik. Bababababa. Ups. So geht die Musik auch aus. Ja, das ist schön. Schön zu wissen. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Jetzt könntest du dir schnell Wasser holen. Jetzt bin ich eh hier... ...unterwegs. Die Bombe zu finden, das ist eh nicht so spannend. Und wenn man gegen die Wand fährt, sowieso nicht. Lalalala. So, moin. Okay, da müssen wir von woanders starten. Und zwar vom Schrottplatz. Schrotti, die Schrottplatz starten wir jetzt. Ah, ja. Schön, 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 schön. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Noch fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Bombe gefunden. Gelangst zu ihrer Position und entscharft sie. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Entschärfer ist jetzt gesichert. Kann man die halt nicht abschießen? Ja. Kann man. Hallo. Ist wahrscheinlich oben drin. Macht doch nicht so einen Krach hier. Sprengladung ist aktiviert. Weiß was, lassen wir die noch da einfach oben drin, oder nicht? Okay, ich habe zwar auf seinen Kopf geschossen, aber er hat, wie ihr seht, keinen Schaden genommen. Komisch. Komisch, komisch. Hm. Komisch, komisch. Aber, in der Zeit, wo ich tot bin, passiert dir eh gerade nicht so viel, kann man ja eben ein paar Sachen ausprobieren. Weil ich wüsste gern, warum das hier nicht klappt. Weil so klappt das. Hm. Finde ich seltsam, naja. Äh, schnell wieder zurück. Eigener Druck getötet. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr ins Zeug legen. Wow. Aber irgendwie ruckelt es auch, finde ich. Irgendwie ist das Spiel nicht flüssig. Könnte daran liegen, dass zwei so einen Ping haben. Jetzt müssen wir verteidigen. Jetzt ist die Sache, wo gehen wir hin und wie nehmen wir? Hm. Hm. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir bleiben mal beim Standard. Beim großen Standard hier. Da, da, da. Da, da, da. Standardprotokoll. Einmal durchführen hier. Wenn die sich abzahlen, dann nehmen sie eine Überraschung. Jetzt sind wir sogar nur noch zu dritt. Was für ein... Schmach. So. Ja, dann grüß zurück, wenn du sie wieder siehst. Fünf Sekunden. Sieg hier auf. Ist ja schrecklich. Noin. Ähm. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Was ich machen soll. Ob ich gleich sterbe. Wahrscheinlich ja. Bin ich rausgeflogen oder so? Fliegen jetzt alle raus oder so? Ich muss beschützen, dass sie die Bombe, ähm, nicht deaktivieren. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Aber ich bin jetzt alleine gegen fünf Leute. Kein Problem. Mach ich. Mach ich. Fuck. Tja, zwei gegen ein. Von beiden Seiten eingekesselt. Ist schwer. Zwar nicht unmöglich, aber naja. Egal. Hm. Du, 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 du. So, nochmal. Aber diesmal müssen wir uns irgendwas überlegen. Hm. Aber was überlegen wir uns, ist die Frage. Ich habe jetzt gerade keinen Plan. Das ist das Problem. Wir bauen einfach mal ein paar Fallen in die Gegend. Und machen Musik wieder an. Ach ja. Ach ja. Tja, wenn man die Musik anmacht, geht das immer ganz schnell. Also. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. So. Dann machen wir hier. Schöne Falle hin. Und noch eine. Mal gucken. Wo kommen die denn gerne mal rein. Ich glaube hier, oder? Ich weiß es nicht. Ich bräuchte da aber mal zwei Wände. Achtung. Die Gegner haben eine Bombe. Die bleiben noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Und, ähm, hier vielleicht eine Highline. Eine Bombe lokalisiert. Auf einzelne Aktionen vorbereiten. Wechsel, Magazine! Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie ruckelt es hier die ganze Zeit. Ist das in der Aufnahme auch? Ich glaube nicht, ne? Hier ist es richtig unflüssig. Einfach mal Warnschüsse abgeben. Jetzt habe ich irgendwas getroffen von denen. Ich weiß nicht, wie ich ihm lebt. Ich weiß nicht, wie er das ist. Ich weiß nicht, wie er es ist. Ich weiß nicht, wie ich weiß. Ich habe mein Leben. Ich weiß nicht, wie ich mich in. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 das gefühl von der anderen seite was liegt an dir das ruckeln hat das gefühl hier kommt gleich einer von hinten ich weiß nicht warum ja das liegt was jetzt los das liegt am spiel eindeutig wie ruckelt das hier 15 sekunden was für eine komische runde also irgendwie ist im spiel was ganz komisch jetzt ist auch wirklich nur noch drei gegen 35 leute fliegen einfach mal raus keine ahnung vier leute aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen auch vom ruckeln nicht sondern wir machen jetzt schön sachen ganz tolle sachen im moment ich glaube ich bleib dabei oder der hat sonst noch stacheldraht eine kamera aber ich nehme lieber mal ein schild mit da können wir nämlich uns abschillen keine ahnung so dann geht es nämlich schneller seht ihr das ist immer so ein ding ach jetzt sind wir hier das problematisch so 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 lalala lalala was machst du da? du stirbst gleich sag ich auch ein gegner verbleibt ist nur noch der hier ja was hat der für den schuss der maschinenpistole da unten unglaublich aber wir haben den schreihals da noch erwischt genau dann kann er eigentlich nichts machen hoffen wir mal ok vielleicht gehen wir einfach mal auf den drauf nachladen was für ein krampf oh das war dumm das Schild wegzumachen ich hätte es behalten egal war sowieso eine verkorkste runde irgendwie keine ahnung was da los war